Wisst ihr, was euch ein Job ist? Ganz einfach. Das ist ein Baumelhof und wir sind da die Baumel. Pondi mit M, M. Adriano? Unser Job ist der Magen Amore. Schatz, Burschen, euch eine Aufgabe ist, dass Frauen eine gute Zeit haben. Ganz egal, wie die ausschaut. Die müssen sich schön, begehrenswert und vor allem sicher fühlen. Und die zahlen ja auch dafür. Ist das klar? Ob das klar ist, hab ich gefragt. Ja, das ist ein Rund. Gut, dann zeig ich es euch. Und euch zeig ich es auch. 2022 im Kino. Wir sehen uns.